Oh man, das wird ja bald ekelhaft hier vorne. So, einmal ganz schnell auf die Miniaturlanze gewechselt. Dann einmal sammeln. Du solltest eventuell dich kümmern um... Äh, Fräulein, ich bin gleich tot. Tiki. Reicht auch das Balsam-Dingen? Balsam reicht auch. Das ist Balsam für die Seele. Immer gern, immer gern. So, dann können wir einfach mal hier den Typen umhauen. Hoffentlich. Äh, hier gerade ein bisschen fest. Nö. Kann er Stahl machen. Nö. Aber er kann schon mal das Silberschwert nehmen. Da kommt gleich eine ganze Menge an Äxten, an Axt, Silberlanze, Axt, Speer. Äh, haben wir ein paar Magier unterwegs. Ah, das sind Viva-Lords hier vorne. Ähm. Silberlanze reicht da aus. Hauen wir mal drauf. Diese Viva-Lords sind so ein Problem. Aber ich kann ja nicht Virion vorne lassen. Der wird wahrscheinlich einen Treffer abkriegen. Und dann greifen alle aus der zweiten Reihe an und sterben dann. Und greifen ihn weiter an und weiter und weiter und weiter und weiter. Und es sind alle Werte aus der Magie. Ha. Ein sehr gutes Level ab. Ein sehr gutes Level ab. Sie hat ja auch einfach einen Vorteil wegen Freiluftkämpfer. Krass. Ähm. Du kriegst irgendeinen Tod von denen? Nee, ne? Hm. Du kriegst aber einen Tod. Mit Volkron. Volkron-Power. Und was ich gerade ganz dringend brauche, ist einmal die Bestätigung. Wo ist der Typ mit Dreckskalibur? Da ist der Typ mit Dreckskalibur. Ekelhaft. Ekelhaft, dass der Typ mit Dreckskalibur in Reichweite von unserer Erflughaltenheit ist. Ekelhaft. Hä. Widerlich. Ich kann meine Formation aber auch nicht verlassen. Jetzt komme ich da wahrscheinlich nicht mehr rein. Hm. Ähm. Können dich angreifen. Du hast eine niedrige Chance zu treffen. Und machst nicht so viel Schaden, wenn du triffst. Ah, das ist jetzt dieser Zug, den ich absolut nicht mag. Egal, was ich mache, ist irgendwie nicht so gut. Der trifft auch noch. Unfassbar. Und überlebt es auch noch. Nee. Das ist nicht so toll. Das ist ganz und gar nicht toll. Das ist nicht so toll. Das ist nicht so toll. Das ist nicht so toll. Äh. Du greifst mal den Typen mit dem Silberschwert an. Ah, jetzt überlebt. Schade. Dann können wir mit dir vielleicht den Typen noch umhauen. Und dann müssen wir auf gut Glück einfach hoffen, dass nichts Großartiges passiert. Wer will mehr Gregoor? Wer will mehr Gregoor? Allerdings. Hm. Können wir mal schauen. 30 Schaden kriege... Äh, 30. Natürlich. Warum auch nicht? Wie viel Prozent denn? Trefferchance. 81. Hä, es reicht genau. Leck mich doch am Arsch. Äh, nicht... Nicht heilen. Äh, Kombination. Mit Crumb. Weil wir müssen dich ein bisschen verstecken gerade. Leider. Tomahawk. Geht's in Schaden? Alles gut. Alles gut. Der Boss bewegt sich. Heißt, es wird wohl keine Wende mehr kommen. Fuck. Ist trotzdem nicht so toll. Zwei Schaden. Ehm. Ich hab halt Angst ein bisschen um Caleb. Der ist halt ein bisschen sehr langsam. Und sämtliche Magie... Oh, fast jede Magie dürfte ihn so ziemlich hart treffen. Wenn nicht sogar doppeln. Und das gefällt mir nicht. Wow, das war ein One-Shot. Ha. Wahnsinn. Und es gibt ein Level-Up. Resistenz, 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 Resistenz und Geschwindigkeit. Naja, fast. KP, Fähigkeit, Geschwindigkeit, Glück, Verteidigung. Wow, jetzt kommt er absolut nicht mit, wenn ich... Deine Verteidigung ist so hoch. Ha. Your defense is too damn high. Der Balance gegen Silberlanze. Daneben. Und... Trocken. Und... Keinen Bogen. Okay. Krieg da noch einen nahen Angriff auf Gregor. Und triffe vier Schaden. Und Gregor so... Ich töte dich nicht. Aber Zell, ich hatte einen Töne sehen. Das ist nicht so toll. Das sind Typen am Leben. Brauchen einen Angriff weniger auf Caleb. Okay, er überlebt das. Cool. Hatte echt Angst, dass es irgendwie von der Geschwindigkeit her nicht reicht. Warum eigentlich? Ich hab Lonzo drauf. Ho. Mann, bin ich gut. Okay, du greifst Chrom an, warum auch immer. Ich bin tot. Ich bin tot. Right. He, he, he. Ja. Und du greifst auch noch Chrom an. Das ist auch irgendwie so dämlich. 11% Chance. Ah. Als ob. Als ob. Aber ich kenne dich spiel. Du bist gemein zu mir. Immer gewesen. Und du wirst es immer wieder sein. Wirst es immer wieder sein. Du gemein. Gemein. Ich muss gerade ein bisschen ruhiger sein. Wir haben schon fast drei Uhr. Danke. Oh, da kommt noch ein reitender Magian und verfehlt. Alltäure. Eins. Tot. Danke. Und es gibt ein Level up für Chrom. Das ist Level Nummer 10. KP, Stärke, Verteidigung und Resistenz. Aha. Noch einer auf Chrom. Silberlanze. Okay. 4-12 Schaden. Und. 4-12 Schaden. Ah. Auf jeden Fall überlebt. Und obwohl die in Reichweite kommen, greifen die nicht an. Ha. Tomahawk. 31%. 19 Schaden. Für viele. Abgewehrt. Sehr gut. Du bist tot. Sehr gut. Ist bisher doch ganz gut gelaufen, der Zug des Gegners. Ist für uns gut gelaufen. Silberlanze. 11 Schaden. Überlebter. Locker. Maribel. Nein. Okay, dann nicht. Noch einer mit einem Speer. Au. 19 Schaden. Gute Trefferchance. Wer ist ab? Wer ist ab? Wer ist ab? Daneben. Gut. Und. Uiuiuiuiuiuiui. Und Dravenpower. Daheim. Tod. Sehr schön. Puh. So ein Kapitel kann man echt nicht so viel sagen. Man muss einfach nur Glück haben teilweise mit Charakteren. Also einfach zu viele Gegner sind. Und man sollte eigentlich recht gute Charaktere dabei haben mit echt guten Möglichkeiten, was das Sammeln angeht. Eventuell sogar eine Kriegerklasse für mehr Angriff. Wenn man das schon hat. Ähm. So. Dann. Das wäre natürlich bei Gregor jetzt absolut geil gewesen mit immer Stärke und so. Das würde auf jeden Fall heißen, alles stört, was so in Reichweite kommt von Leuten hier. Ähm. Wer ist den Töter? Ich muss ein bisschen aufpassen auf den Boss, der ist gerade, glaube ich, echt gut in Reichweite. Irgendwo. Eventuell. Und bei dem muss ich halt den Schadenswert beachten. Oder? Ist er in Reichweite? Nö. Na gut, er ist nicht in Reichweite. Das passt doch. So. Dann haben wir hier einmal. Typ mit Dreckskaliber. Du gehst mir voll auf den Sack. Hier da. Worüber ich ein bisschen glücklich bin, dass hier kein Gegner irgendeinen Talion besitzt. Ah. Das wäre so ein Massaker. Das wäre wirklich widerlich. KP, Stärke, Fähigkeit. Uäh. Nicht so gut. Ähm. Maribel. Du kannst dich kümmern um den Typen da hinten. Mit einem One-Shot. Kill. Mein ich. Komm mal. Töte ihn. Hau weg. Mit einem Level-Up. Beim Level-Up. Level 13. KP, Fähigkeit und Geschwindigkeit. Hm. Die hat noch wie viel? 30. Geht locker klar. Ähm. Mal schauen. Von... Von... Wollen wir jetzt mit den Typen um? So einen Schaden wird er machen. Aua. Hat hier irgendeiner eine hohe Geschwindigkeit noch? Nein. Du bist der Letzte von der Magier mit 23. Der wird insgesamt 33 machen. Das überleben wir aber auch. Gut. Gut, gut, gut. Alles bisher gut gelaufen. Sei es einmal sammeln, Verteidigung, Höhen. Höhen. Tut mir angreifen oder stehen lassen? Ich weiß erst einmal, dass ich den Typen umhauen will. Mit der Lanze. Äh, die werden jetzt schon nicht umhauen, glaube ich. Äh, irgendeiner zu langsam eventuell? Gerade nicht. Gerade keiner zu langsam. Irgendwelche mit Tumahawk? Eins, zwei, drei Tumahawk-Nutzer. Alter. Ich will jetzt mich voll vernaschen, Adela. Viel zu viele Tumahawk-Nutzer. Krasse Scheiße. Ich könnte hier aufmachen und hier durchlaufen und den Typen angreifen. Oder ich krall mir den. Hm. Wagen wir fragen. Auf jeden Fall kommt da nichts durch. Auf jeden Fall kann ich dann einmal kurz eine Mixtur einwerfen dann. Hier vorne? Nur hier muss ich halt zustellen. Ich wünsche, ich käme hier vorne hin. Das wäre super. Äh, du. Stahl, mein lieber Stahl. Äh, nimmst du dir die Eisenachse in die Hand, was soll's. Und wartest. So, ein Angriff auf Tiki. Das überlebt sie. Locker. Sie weicht noch nicht mehr aus. Mann, Mann, Mann. Okay, Angriff auf Calum. Mit dem Tumahawk. Finde ich gut, dass sie auf Calum gehen. Und nicht auf Miriel. Maribel. 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 Nicht Miriel. So, Angriff auf Fräuleins Haddy. Das ist nicht nett. Fehlt. Ich wünsche, sie wird noch ein Level abbekommen. Dann bekommen sie ihre nächste Fähigkeit. Und diese Fähigkeit ist... Auf Level 5. KP, Stärke, Glück und Verteidigung. Oh, sehr gutes Level ab von den Werten. Verteidiger. Verteidiger erhöht, ähm, wenn sie in Kombination steht, alle Werte um 1. Das heißt, mehr Resistent, mehr Leben, mehr... Keine Ahnung was. Alles halt. Vereon, du... Glückspilz, hast auch noch ein Level ab. Sehr gut. Level 6. KP, Stärke, Magie, Fähigkeit... Schwierigkeit und Glück. Okay. So, Tumahawk-Typen. Wer trifft jetzt... Mee, Maribel. Mee, Maribel. Oh, leck mich doch im Arsch, Alter. Im Ernst jetzt. Zumindest bleibt er noch stehen. Du gehst auf... Rollen, Sully. Okay. Und der Typ ist tot. Obwohl wir so eine niedrige Prozentsal haben. Wegen ganzen Brecher. Krass. Bin ich gut. Halbwegs. Was? Bestentüter, okay. Alter, haut den Typ mit einem Schlag rum. Komm. Du bist tot. Ei, 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 ei. Und ich sitze hier nur und denke mir so... Bitte überlebt, bitte überlebt, bitte überlebt, bitte überlebt. Fähigkeit und Glück. Mäh. Aber bitte überlebt, alle. Ach, ich das Kapitel echt nicht mag. Das ist so, äh, man steht rum und tut nix, man steht rum und tut nix und hofft, dass die Gegner verfehlen und wirft Spere und hofft, dass Kombinationsattacken funktionieren, was sie meist nicht tun. Dann kommt der Stichter und der Stichter tötet Leute. Am besten im zweiten Versuch erst mit dem Kidd. Oh, das ist gerade eine gute Sonne. Die lohnt sich. Haha, du kämpfst peinlich. Du kämpfst peinlich. Waffenlevel A. Sehr gut. Und wir sind so gut wie durch. Das gefällt mir doch. So, wir haben noch insgesamt, wie viele Gegner? Fünf Gegner. Ist gut. Schauen wir mal kurz vor dem Schadswert. Passt das? Fast. Was hat denn denn für Fähigkeiten? Vorreiter und Lanzenbrecher. Gut, dann, ähm... Ich will mal was gucken, ne? Also. Das würde reichen, wenn sie treffen würde mit allen Attacken. Aber es wird nicht funktionieren. Äh, was hat der für eine Waffe? Ein Tomahawk? Der hat ein Tomahawk bei, natürlich. Tomahawk, Tomahawk, Tomahawk. So, du... Kannst mal kurz, äh, die andere Fräulein durchlassen. So, mit dem Drachenstein den Typen um. Ja, wir haben mal den Typen um. Ziehen wir in die Offensive. Brauchen wir uns nicht anschauen. Kämpfer schon, kämpfer schon. Punkt. Level 24. KP, Fähigkeit, Geschwindigkeit, Glück und Verteidigung. Ja, machbar. So, wen haben wir denn noch? Stahl. Hm, der Chip geht mir ein bisschen auf den Nerven gerade noch. Aber nur leicht. Nur leicht. Ähm... Nehmen wir mal den hier raus. Mit Gaius. Also, ich hab einen Leveler für Gaius. Level 6. KP, Stärke, Fähigkeit, Geschwindigkeit, Glück und Verteidigung. Gut. Dann einmal von hier umdrehen. Den Typen mit dem Silberbogen. Ich versuche jetzt einfach, die Gegner so gut wie möglich mit einem zu Platz zu machen, damit ich genug Regner habe, äh, genug Einheiten für den Boss. Ähm, wer darf denn hier nochmal? Du, da hast eventuell. Nutzen wir mal die Silberlanze? Ja. Du kannst das tun. Vielleicht hilft der Crumb mit. Das wäre ja irgendwie... Nett. Dankeschön. Danke. So, dann haben wir nur noch den Typen da vorne stehen. Die Frage, mit wem töten wir dich? Mit Gregor? Oder mit, ähm... Lonsu? Der sich dann Dingens rüberschnappt. Bollein Palne? Ah, das ginge auch. Allerdings frage ich mich gerade, ob ich da unten noch ans Glitzerfeld rankomme. Nein, ich komme nicht ran. Nee, egal. Scheiße für Glitzerfelder. Ohne Mist. Die sind eh kacke. Hm... Wer braucht es am meisten gerade? Du bist gerade mal Level 6. Du bist Level 6. Und du bist Level 6. Am ehesten nehme ich aber, glaube ich, Lonsu mit immer. Gregor nie. Ach, weißt du was? Wechseln, tauschen. Geben wir mal Palne rüber. Machen wir mal kurz. Das haben wir 22. Und so? 2,24. Oh, drauf da. Alle Typen weg. Stimme, Naras Dienerin. Tötet sie. Tötet sie wer? Wer? Wie sollen sie töten? Nein. Wieder nicht. Wie sind die Guten? Wir töten nur unschote Leute wie euch. Tötet sie. Tötet sie. Hast du Pfeilen gemacht? Kapitän, Stärke, Fähigkeit. Okay. Und wir kommen Schmiede. Und Helden sind Verion und Sully. Würde eher sagen Sully und Verion. Oder Sully und Palne. Weil die beiden haben echt gut abgeräumt. Yep. Geht es euch gut, edle Tiki? Danke. Ja, danke euch allen. Ich bitte. Ich bitte die Verzögerung zu entschuldigen. Aber die Riten haben Früchte getragen. Muss da wirklich ein Komma rein? Ich bitte, Komma die Verzögerung zu entschuldigen. Hm, merkwürdig. Hm? Ihr habt die Macht der Wirmgütter nicht aufgenommen? Yes. Ein Teil davon, ja. Es ist seltsam. Diese Macht hat mich immer isoliert. Viele Tage weinte ich allein und verfluchte diese Aufgabe, die mir aufgetragen ward. Meine Dame. Doch nun hat meine Macht einen Zweck. Die Welt benötigt sie, um eine Zukunft der Verderbnis abzuwenden. Und so gebe ich sie freiwillig. Was? Und so gebe ich sie freiwillig? Was? Erlaubt mir, mich euch anzuschließen. Seid ihr euch sicher? Ja, ich habe lang genug in Einsamkeit gelebt. Außerdem wollte ich schon immer die Welt sehen. Jetzt kann ich helfen, sie zu retten. Okay, wenn sie das sagt, dann ist es halt so. Puh. Hatte nicht lang gedauert, aber es war ordentlich äh. Ordentlich äh. Schauen wir mal in die Kaserne, was da abgeht. Wir sind bestimmt alle gerade froh. Haben wir ein bisschen Party. Ah ne, gar nicht. Hallo, Taya. Na, hast du was gefunden? Ein Riesenbogen. Was ist das denn? Was ist ein Riesenbogen? Und was finden wir? Eine Glaslanze. Was zum Teufel ist ein Riesenbogen? Was zum Teufel? Äh, Virion. Kannst du mir dazu was erzählen? Was ist das? Riesiger Bogen, nur für Schützen. Zwei bis drei. Ui. Ist das also ein verbesserter Langbogen, oder wie? Nee. Ein schlechterer Langbogen. What? Was, ein Mist? Naja, wenn man den Langbogen sparen will. Dann kann man den nutzen. Das ist cool. Aber schon mal kurz, wer alles... Oh Gott. ...miteinander sprechen kann. Palnum Gaius, Palnum Gaius, Virion und Sully, Stahl und Maribel, Gregor und Selcher, Gregor und Maribel und Maribel und Sully und Virion. Und Maribel und Stahl und Gregor. Ah. Interessante Mischung. Was kann die Tiki denn so Besonderes? Nicht viel, aber sie hat einen Drachenstein Plus. Die einen Manaketen in einen mächtigen Drachen verwandeln. Cool. Sehr, sehr cool. Kannst du direkt an Novi abgeben. Auch wenn du stärker als Novi bist, irgendwie. Das ist ein bisschen erschütternd. Naja, liegt ja daran, dass sie ein bisschen älter ist als Novi, ne? Kennt man ja. Die Älteren, die sind immer besser und so. Aber na gut, ich bin raus. Für den heutigen Part. War halt ein bisschen etwas anderes. Wir standen nur rum und haben gestanden. Und schlachteten und schlachteten und schlachteten Untote. Bis keine mehr waren. Tja. Aber na gut, ich bin raus. Ich wünsche euch noch was. Und ich gehe jetzt zu Bett. Es ist nämlich ziemlich spät. Uiuiuiuiuiui. 3 Uhr 13. Naja. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Part. Adios. Und... Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020